hallo und herzlich willkommen zum nächsten let's play von clash of clans auf mein kanal sorry erstmal dass es lange kein lange kein ja lange von clash of clans mehr kam und jetzt logge ich mich gerade ein um was aufzunehmen und sehe das wurde die nacht viermal angegriffen davon dreimal erfolgreich habe ich mich verteidigt und das sind alles ja von gut einer stunde und das ist sehr sehr geil 53 troffäen haben wir deswegen bekommen und wir gucken uns mal den verteidigungs lockern okay ja ja gut der sogar auch nur 98 prozent anführungszeichen geschafft mit seinen ganzen guten sachen hier wahrscheinlich verklickt der eine hier der auch wohl der auch aber da ist immer noch ein ach ist doch egal was sie oder was die davor hatten wir haben unseren ja auch unsere trophäen bekommen die verteidigung und mehr wollen wir ja auch nicht so eine schöne diamanten äh hier die jemanden juwelenkiste heute schön bekommt das ist ja sehr 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 geil so leider gibt mir gerade ein bisschen dunkles flöten von den toten aber egal so seit dem neuesten update können wir ja unseren namen ändern und das habe ich auch gleich vor in diesem video wir ändern unseren namen ja ich habe mir überlegt mein name ist nicht so geil killer so wir nennen uns hinweis du kannst deinen namen nur einmal ändern ja das weiß ich und aber gibt mir jetzt namen ein mit denen bin ich eigentlich immer zufrieden gewesen egal wo ich verspiele oder nicht und so heißt ja auch mal unser also du hast ja auch mein channel bei youtube deswegen nennen wir uns jetzt stürmer 31 klicken wir mal auf weiter gucken ob nur alles richtig geschrieben ist weil wenn nicht ist das jetzt wirklich nicht so gut weil ja du kannst ja nur einmal den namen ändern aber ich muss den namen noch mal eingehen machen wir es auch aber hallo mit uns unseren namen bestätigen wie weil er zippt er habe ich doch besteht die gehen oder wollen jetzt alles groß geschrieben haben ha 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 groß ok stürmer 31 ok der name wurde geändert so gut was jetzt steht ok ach das ist mir auch egal wir haben endlich unseren richtigen geilen namen also geil ist was anderes aber auf jeden fall ist diese killer kacke weg in Anführungszeichen und ja so wir haben jetzt unsere Armee sind voll ja und das ist auch voll so da wollen wir mal ein ein bisschen Angriff suchen gehen und ach ach sorry Leute ich habe vergessen den Tod anzumachen so egal auf Schild wir wollen Angriff machen so so wie sieht es hier aus das naja nicht wirklich viel drin und unser Ziel ist ja immer noch in Gold 2 zu kommen dass wir dann ja besseren Bonus bekommen bei den Überfällen aber aber besser bei den Angriffen äh der war schon zu gut und ich möchte mal eigentlich von der Liga ziemlich weit hoch kommen jetzt weil wenn wir uns im Rathaus bald abholfen dann kriegen wir das dunkles auch dazu boah da habe ich nicht hingeguckt da war was gutes da waren die Liga glaube voll egal dann kriegen wir uns ein dunkles Elixier auch dazu und wir müssen so weit hoch kommen dass wir auch dann in den Ligen wo wir dann spielen auch pro Angriff dunkles Elixier bekommen ah das ist geil hier der hat 178.000 Elixier und 128.000 Gold da gehen wir mal drauf da setzen wir mal einen da hin wir wollen erst auf die Flugabwehr versuchen so komm 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 geh auf die Flugabwehr bitte wie können wir unsere ah das war ein Fehler glaube ich oder ich muss das musste ich machen sonst wären meine Rieken alle weg gewesen aber das Elixier haben wir schon fast komplett mitgenommen das Elixier brauche ich auch brauchen wir auch um noch ein Armeelager und eine Kaserne zu verbessern so 47% das 2 Sterne jetzt die riesen sind auch noch unterwegs aber die haben auch nicht mehr wirklich viel leben ja das war es auch mit den riesen das geht sie doch auf die Goldlager aber das bringt auch nicht mehr wirklich viel die hinten drin auf die ähm hätte ich wenn auf die Goldsammler gehen müssen aber egal das Elixier haben wir fast bekommen alles das ist nur noch ein Bonus das ist sehr nett von 8.000 ja kann besser sein aber dafür müssten wir auch erstmal eine Liga höher so die Mauern haben wir fast einmal rum verbessert auf Level 6 und so so noch ein paar Truppen bauen ich baue immer ein zurzeit baue ich immer ein Blitz ein Haltzauber weil ja wie jetzt wir versucht habe erst die Flugabwehr zu ab kaputt zu machen und was ist das zu zerstören dass man erst ja die den Haltzauber benutzt um nicht sein Heiler zu verlieren aber ich musste immer ein Heiler einsetzen sonst hätten wir unsere Riesen schon gleich am Anfang verloren aber egal so ist es halt 3 und ich versuche diesen aufzuteilen dass die alle alle 3 Kasernen gleich lange brauchen so und und das war's und wenn es euch gefallen hat lasst ein Däumchen nach oben wir sehen uns beim nächsten Mal tschau